Der Seniorenmeister 2016 heisst wie im Torjahr SHC Belper 1107. Im Finalspiel trafen die Belper überraschenderweise auf den SHC Gränchen-Limpachtal. Die Gränchener blieben in diesem Finalspiel aber chancenlos. Gleich mit 9 zu 0 siegte Belper und holte sich den Titel. Die grosse Attraktion im heutigen Turnier war zweifelsohne der Auftritt von ZSZ Lions Eishockey-Spieler Boris Trachtler. Er verstärkte die Belper in diesem Turnier und sorgte doch mit der einen oder anderen Aktion für Entzücken. Die Umstellung auf das Street-Hockey-Feld gelang ihm jedenfalls sofort. Und Trachtler, er konnte sich sogar im Verlauf des Finalspiels gegen den SHC Gränchen-Limpachtal das zwischenzeitliche 6 zu 0 gutschreiben lassen. Die Gränchener war selbst in der ehemaligen Tourist. Ich habe sie schon ganz gut durch die Kommission gefeiert. Das war am Ende, ich habe so weit über die gute Abschreibung gemacht! Du hast alle, ihr habt dort keinen Mund ausgeliefert und einen gefeiert. Und ihr habt bereits Mal vom Terminkalender zusagen können und dann habe ich zugesagt und jetzt bin ich gekommen. Ich würde sagen, du hast schon die WM-Medaille gehabt, du bist schon Schweizer-Meister geworden, du bist schon Goebs-Sieger geworden im E-Sockey und jetzt kannst du ja noch Strasse-Hockey und Senior-Meister nennen, das tut nicht schlecht, oder? Ja genau, das ist wichtig für das Palma, das ist alles und jetzt endlich habe ich das abgehackt und das ist schön. Nein, ich bin, wie soll ich sagen, es ist nicht ganz einfach, ich meine, die Jungs spielen das ganze Jahr und ich kam einfach auf den Finale an und wollte mir niemandem von der Sonne stehen. Ja, aber es war toll, ich hoffe, ich konnte ihnen helfen und sie haben eine gute Stimmung in der Mannschaft und schlussendlich haben wir einfach überholt, das ist das Wichtigste. Und jetzt ist es trotzdem interessant, wenn immer E-Sockey-Spieler kommen, können wir auf die Strasse-Hockey spielen, haben sie immer überrascht, dass es eben nicht das Gleiche ist, wie war es denn der Eindruck heute? Ja, es ist definitiv nicht das Gleiche, das eine ist sicher wegen Bühlen und das andere ist einfach vom Rennen her, ja, sonst bist du halt auf den Schleifschuhen, das ist schon etwas recht anderes und nach einer Reihe vom Handling her, vom Ball, heute ist es mega warm, gewesen und dann wird der Ball auch ein bisschen weich und das klebt ein bisschen. Und eben, dass ich einfach verrennen kann und dann bist du noch 4 gegen 4, also jetzt heute im zweiten Spiel heisst, dann bin ich schon an meine Grenzen gestoßen. Also ist sogar noch ein gutes Konditionstraining gewesen für diese Gemeinschaft. Genau, genau, ja. Dort seid ihr schon voller Vorbereitungen innen, wie sieht es bei der ADC Line im Moment? Ja, wir haben jetzt letzte Woche ins Trainingslager gehabt, wir haben auch angefangen wie alle, Anfang August und sind jetzt eigentlich voll in der Vorbereitung und haben jetzt eben das erste Freundschaftsspiel, das richtige Freundschaftsspiel am letzten Donnerstag gehabt, gegen Davos und jetzt haben wir auch die nächsten Spiele am Dienstag und am Samstag. Okay, alles gut und danke für mich. Danke für mich. Merci.